Ach, weißt du, er war den ganzen Abend in der Galerie. Cheers. Scheiße. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich hab sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, hab ich was bei dir gesagt? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft. Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft. Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft. Ja, aber guck mal, du hast neulich auch gelacht, als Carrie bei King of Queen's Duck fertig gemacht hat. Ja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja, natürlich. Okay, Männer dürfen sich lächerlich machen, das hat Charme. Bei Frauen wirkt es... Ich habe heute meinen Job gekündigt. Wie bitte? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angekrapscht. Da habe ich ihm eine geknallt. Und jetzt?